Hallo und ganz herzlich Willkommen. Dieses Video heißt Erdöl und die fraktionierte Destillation. Erdöl wird gewöhnlich in der Erdöl-Raffinerie verarbeitet. Zunächst wird das Erdöl gefördert. Man erhält Rohöl. Das Rohöl wird nun in der Raffinerie raffiniert. Das bedeutet verfeinert. Warum muss das Rohöl eigentlich gereinigt werden? Die Antwort ist einfach. Rohöl ist für die direkte Verwendung, Verbrennung oder Herstellung von Gebrauchsgütern leider nicht geeignet. Rohöl muss verarbeitet werden. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Am besten mitлед dropped. Raffiniert. Sanjatdorp ne Es H Am 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 Wir H Am Am